Hallo Welt, da sind wir wieder, hier in der Feuerschleierhöhle. Und wir werden jetzt vordringen in die Feuerschleiertiefen. Da sollten wir lieber schleichend reingehen, wer weiß, was uns da erwartet. Ah, schon mal eine geheimnisvolle Tür, Tür wieder? Oh, was soll ich sagen? Das sieht mir nicht gut aus, wenn wir drin sind, sind wir gefangen. Durch diese Tür wahrscheinlich, die bekommen wir wahrscheinlich dann nicht auf. Was sehen wir denn? Zwei, vier, sechs, da drüben sind auch nochmal zwei, acht. Acht Gegner werden hier drin lauern, lauern, naja, die werden gleich rauskommen. Entweder durchrennen oder uns den üblen Burschen stellen, wir wissen aber nicht, wer da ist, oder ins Wasser springen. Ja, aber wenn die einen Bogen schützen oder einen Magier dabei haben, dann sehen wir alt aus. Ach, da wird doch nichts passieren. Das ist meistens so, wenn das so offensichtlich ist, dann passiert da nichts. Wir brauchen eigentlich nur... Nein! Was habe ich gerade gesagt? Da kommen aber nur vier, das ist nicht so schlimm. Hör auf! Du bist ein Skelett, ihr seid nur Skelette. Hey, hey, ihr seid doch nur Skelette, lasst uns durch. Wir kommen hier nicht durch. Vorsicht, wir sind ganz langsam. Oh, 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 oh. Nicht gut. Naja, das Problem ist, wir dürfen nicht so oft getroffen werden, sonst wäre das alles ganz einfach. Also, nochmal. Moment, Moment, können wir durchrennen und irgendwo Schutz finden dahinter? Den Säulen zum Beispiel? Es sind vier Skelette. Ich vermute mal, wenn wir da oben hingehen, dann wird da oben auch noch irgendwo was getriggert und dann kommen sie da auch raus. Sie hören uns und kriechen raus aus ihren Säulen. Oh, ist das ein Seelenstein? Nein, das war nur Wasser. Hey, wir können an der Seite hier rumlaufen. Die können aber auch ins Wasser, sehe ich gerade. Okay. Duck dich, duck dich, duck dich! Nein, wie konnte der denn vorbeigehen? Hey, du hältst was aus. Ich sehe schon, du hältst was aus. Nicht genug. Ich dachte, der rennt weiter. Skelettwicht hält. Das ist nicht gut. Sei gelähmt. Sei bitte gelähmt. Sei gelähmt. Sei doch schon gelähmt. Sei zurück. Geh zurück. Na, wir sind in Sicherheit. Hier findet er uns nie. Vermutet uns... Oh, 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 oh. Da hatten wir aber Glück, was? Das war kein Glück, das war Können. Wir können das. So gut. Sei kein Magier. Das war ein normaler, Axt schwingender, wahnsinniger... Skelett... Dingens. Wow, sind das viele jetzt. Oh, 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 oh. Das war keine sehr gute Leistung. Ah, nein, der ist auch noch so ein Wicht. Berserker. Also eigentlich... Können wir hier den ganzen Tag rumlaufen, wenn du magst. Oh, nein, können wir nicht. Du kennst den Trick schon. Hey, treffen wäre gut. Treffen. Notiz an uns selbst. Treffen. Wenn hier noch ein zweiter raufkommt, dann war es das. Bleib doch mal still stehen. Ah, nein. Das ist mir zu viel. Aha, Fallschaden. Nein, hat er nicht genommen. Ah, du bist ganz schwarz. Nein. Nicht doch. Wie treffen wir überhaupt ohne... Ich schieße einfach irgendwo drauf. Nein, nicht wegstecken die Waffe. Die brauchen wir noch. Duck dich, duck dich. Oh, nein, er ist weg. Er ist hinter uns her, glaube ich. Hier, das gleiche Spiel nochmal. Ihr seid ja nicht mehr so viele. Ich rolle hier mit dem Stuhl schon zurück die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ah, Vorsicht. Ich versuche das zu vermeiden, aber... Das geht nicht immer so einfach, wie man sich das so vorstellt. Ach, Mensch. Du. Nimm das. Nein, vorbei. Fang den Pfeil. Ah, Vorsicht. Ja, in welche Richtung gehen wir? In welche Richtung gehen wir? Links oder rechts, oder? Du weißt es nicht. Okay. Nimm das. Moment mal. Ich dachte, wir könnten dich K.O. hauen. Können wir gar nicht. Nein, ich dachte, du rennst weiter. Renn doch nicht so kreuz und quer hier. Och, Mann. Den Fuß hätten wir noch erwischen können. Jetzt haut er ab. Jawohl. Haha. Oh, nein. Nein, 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 nein. Wo sind sie überall? Da drüben ist... Eine, zwei sind da rausgekommen. Oh, das sind schon die höheren Draugalfürsten jetzt. Die sind sauer, weil wir ihre Skelette jetzt abgemurkst haben. Hör auf. Hör auf. Lass das sein. Nimm das. Und... Nein, da kommt die rauf. Der kennt den Trick schon. Ja, wir werden hier aber nicht nochmal jetzt rumlaufen immer, oder? Denn... Uah, da bist du ja schon. Ha. In die Luft geschlagen. Tut das nicht weh? Der Luft. Deinem Schwert. Nichts getroffen zu haben, ist das nicht irgendwie peinlich? Ey, wie siehst du aus, wenn du sowas machst? Hey, hey, fang den Pfeil. Fang den Pfeil. Nein. Du kannst hier rüberschlagen, was? Das können wir nicht. Okay, Fall darunter, das ist schon mal gut. Wo ist der andere mit seinem komischen Eiszauber? Hey, hey, hey. Irgendwas trifft uns. Da bist du. Na, dich müssen wir erstmal loswerden. Das wäre schon mal prima. Wah. Vorsicht. Vorsicht. Zu uns selber sage ich Vorsicht, damit du den erst gar nicht schreien lässt. Zum Glück sind wir ja noch ein bisschen geskillt. Ah. Jetzt haben wir ihn. Na, komm ruhig wieder hoch. Wir gehen hier Stück für Stück vor. Da oben sind nämlich noch mehr Sorge, wo welche rauskommen könnten. Der braucht doch nicht mehr viel. Man denkt immer, der braucht nicht viel, aber dann... Ich brauche auf einmal doch noch richtig viel. Oh, Gott. Ich habe gehört, dass ich was gehört habe. Da oben ist noch einer. Jetzt geht's rund. Das sind jetzt die richtig... Das sind die letzten. Traugerlich. Traugerlich. Ah, warum? Na ja, gut. Du hast lange geschlafen. Da kann ich schon verstehen, dass du erstmal ins Wasser willst. Oh. Weit drüber hinaus. Ach. Jetzt läuft er in die falsche Richtung. Er hat da hinten was gehört. Zwei sind da jetzt noch. Ah, das könnten die letzten sein. Oder ich vermute, da oben ist noch so ein Oberfiesling. Der wird wahrscheinlich noch kommen. Ach, die kommen doch gleich. Die suchen, durchsuchen... Ah, jetzt sehen wir sie nicht. Na gut. Die durchsuchen noch mit Sicherheit hier die ganze Höhle. Mal einsammeln, machen wir später. Oh, da ist er. Normaler Trauger. Soll das ein Scherz sein? Ha ha. Der kann aber schon im Wasser schwimmen. Da geht schon wieder was auf. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Uh. Vorsicht. Ein ruheloser Trauger. Och, so viele Pfeile. Wir können aber ganz schön gut zählen mittlerweile, oder? Die sind alle so ziemlich in der Brust gelandet. Naja, im Körper zumindest. Noch einer hier. Na, hat noch wer was zu sagen? Wer ist hier der Held? Wer sind der Held? Das ging ja gerade nochmal gut. Nein, das ging absolut. Wir hatten alles unter Kontrolle die ganze Zeit. Wir waren perfekt vorbereitet. Und haben sowieso gewusst, was hier passiert. Kein Problem, also. Und wir haben eine Höhle. Nur für uns. Interessant. Moment. Interessante Höhle. Hier hinten war aber noch jemand im Wasser. Schleichen oder laufen wir? Der Traugerlich. Und hier hinten? Ist das eine Tür? Vielleicht ist das eine Tür. Wir werden es schon herausfinden. Oh, Pfeile. Pfeile sind immer wichtig. Ja, leider. Jetzt sehen wir unter Wasser nicht allzu viel. Da ist doch wieder was aufgegangen jetzt. Oder meine ich das nur? Oh, ja. Irgendwo ist einer. Ich habe doch das Schwert gehört. Aha. Schwert. Skelett. Sturmmagier Novize. Na, das war doch so klar, dass der daneben geht. Ich wollte auch nur so ein bisschen mal einen Pfeil in die Luft schießen. Absicht. Holla. Der Letzte ist auch noch ein... Oh, was habt ihr denn hier Schönes drin? Sturmagier Novize. Ja, diese Sturmagier. Die können doch irgendwelche Sturmgestalten herbeizaubern. Na. Pfeil für uns. Wie jetzt? Ach, der hat den wiederbelebt? Kann das sein? Sind die endlos? Nein, der hätte nicht wiederbelebt. Hier rennt noch einer rum. Irgendwas hat uns getroffen von hinten, hatte ich so den Eindruck. Aber warum stecken wir den Bogen weg? Bogen her. Bogen her. Ich drücke R. R brauche ich nicht zu drücken. 1 muss ich drücken. Wo ist er denn? Da ist er ja. Keine Sorge. Deine Drohgebärden, die jucken uns nicht weiter. Jawohl. Oh nein. Nicht daneben schießen. Genau. Treffen bitte. Da unten. Die laufen auch noch so gruselig. Das bringt nichts. Wieder abgespeichert im falschen Moment. Warum kannst du denn so viel? Lass deine Hände bei dir. Nein. Den Hammer. Jetzt hat er den Hammer. Hey. Wir wollen nichts damit zu tun haben. Bald einen komischen Knüppel bei dir. Besserer Speicherpunkt oder... Vielleicht nicht. Wir müssen schon treffen. Sonst gibt das nämlich alles nichts. Wir müssten noch schneller nachladen können. Das wäre prima. So, jetzt haben wir aber besser abgespeichert hier. Fang den Pfeil. Fang den Pfeil. Nein. Doch nicht ausweichen. Ich dachte, das können nur wir. Und das war nur ein Zufall, oder? Hey. 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 Werf nicht deinen komischen Eisstachel auf uns. Schieß. Ja. 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 Was ist los? Wir sind immer noch verzaubert. Oh nein. Der ist ganz... Nein. Und wenn wir jetzt ganz schnell auf die andere Seite rennen? Ich glaube, so schnell sind wir nicht. Ja, doch so schnell. Das schaffen wir. Hier rüber. Hier rum. Da drauf. Das mitnehmen. Haben wir schon. Boah. Falsche... Falsche Seite. Moment. Boah. Da bist du. Ich kann nicht schießen. Wir sind im Wasser. Du kannst hauen und wir können nicht schießen. Brennen soll... Du hast komische Schreier drauf. Ich sehe das schon. Jetzt weiß ich, was mit dir los ist. Du willst uns anschreien. Aber wir haben den Pfeil und den Bogen dazu. Was machst du jetzt? Was willst du jetzt tun? Da kommt schon wieder einer. Oh nein. Das ist jetzt... Das ist der Traugerfürst. Das ist der Obermachs. Jetzt haben wir verloren. Jetzt können wir gleich einpacken. Hey. Den Bogen aber doch nicht. Hey. Wir sind überladen. Das ist... Nein. Eine Sekunde. Ach, der kann nichts. Der ist zu weit weg. Der kann uns gar nichts. Ach, wir legen erstmal unser Zeugs ab, glaube ich. Ja, immer schön im Licht. Oh, da haben wir aber viel gesammelt. Ja, da wird sich jemand freuen, der hier die Höhle nach uns durchsucht. Der wird sich freuen. Das erfordert jetzt allerhöchste Konzentration. Ich bin noch dabei, mich zu konzentrieren. Mein Gehirn weiß Bescheid. Ja, die Bewohner von Ivarstadt. Die können aber froh sein dann. Also, wenn wir je lebend hier rauskommen. Also, Schmuck behalten wir wieder. Und was Schönes. Sowas hier. Aha. Schwarze Magierrobe. Ich glaube, dass die Skelette so etwas noch bei sich tragen. Ich glaube, das ist es schon gewesen. Oh, das geht doch relativ schnell. Jetzt kann er uns sehen. So langsam, glaube ich. Ja, das ist der Lehmenschlag, den wir hier auf unserem Bogen haben. Zum Glück. Und nochmal lähmen. 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 Da fegt er unsere ganzen Sachen gleich weg. Oh, wir sind zu nah. Nein. Was war? Wir waren vergiftet oder sowas. Der glaubt, der könnte uns was. Da liegt er gut. Weit weg. Gelähmt. Perfekt zu treffen für uns. Auf dem Präsentierteller. Steh nicht auf. Bleib gleich liegen. Hier, nochmal. Lehmenschlag. Oh nein, wir sind schon wieder... Nein, nein. Sein Eis ist zu mächtig für uns. Oh nein. Na, wie machen wir das denn jetzt gegen den? Das schaffen wir alleine gar nicht. Wo ist eigentlich Serana die ganze Zeit, frage ich mich? Wir hatten doch da noch was mit Serana. Ja, im Inventar werden wir sie nicht finden. Jetzt nimm das. Na gut, gegen Eis. Du musst schon treffen. 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 Wir haben deine ganzen Kumpels fertig gemacht. Und du? Du kommst ganz alleine daher. Naja. Naja, du bist der höhere Traugerfürst. Wir haben nur noch fünf Stahlpfeile. Roh dich aus. Oh, das ist gut, dass wir sowas können. Das sag ich jedes Mal, oder? Wenn's grün leuchtet irgendwo. Oh, grün ist gut. Grün ist sehr gut. Alte Nordpfeile. Jetzt geht's dir an den Kragen. Du stehst seltsam auf. Nein. Hey, da war doch noch das Ding dazwischen. Äh, wir müssen... Also der Sarg war dazwischen. Ewige Heilung. Ja, perfekt. Wir bleiben einfach stur hier stehen. Das wird schon klappen. Ich wollte eigentlich mal die Waffen wechseln. Jetzt könnten wir doch den Dämmerbrecher gut gebrauchen, oder? Unseren Dolch der Lähmung. Wenn er dem nicht wieder... Oh nein, sei gelähmt, sei gelähmt. Rückschlag. Sehr gut. Rückschlag nochmal. Und? Aha. Jetzt haben wir ihn. Ah, wir haben genug Ausdauer. Geskillt. Jetzt können wir ganz durchziehen hier. Ach, den kriegen wir diesmal. Wunderbar. Ah, ich freue mich. Gleich können wir hier alles aufsammeln, was wir hier so haben. Ja, genau. Bleib gleich liegen. Aha. Herrlich. Aber du nimmst gar keinen Schaden. Sehe ich das richtig? Womit schießen wir denn hier? Sind da vorne noch diese Gummiproppen dran an den Pfeilen? Diese... Ihr kennt die schon, diese Saugnäpfe. Damit sie so an den Wänden kleben bleiben und so. Jawohl. Jawohl. Komm. Bleib liegen. Bleib liegen. Wir haben ihn. Und? Und? Jawohl. Da ist aber wieder irgendwas aufgegangen. Ah, liebe Welt da draußen. In der nächsten Folge heißt es plündern. Stichwort nächste Wolke. Nächste Wolke? Ich wollte Wolke sagen. Nein, ich wollte Folge sagen. Wir haben jetzt schon geplündert. Okay. In der nächsten Folge, liebe Welt da draußen, geht es weiter. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 onnale